Unsere Gesellschaft braucht Respekt und Anerkennung und darf sich nicht nur im Egoismus erschöpfen. Der Sport kann für diese Werte ein großartiges Beispiel geben. Er kann nicht nur auf die Leistung des Einzelnen abstellen, er braucht das Team. Und deshalb sind Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Verständnis und Verständigung alles Werte, die der Fußball Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise vermitteln kann. Durch das Spiel lernt man sportliches Leistungsvermögen. Man lernt aber auch, wie man mit anderen Kindern und Jugendlichen, wie man mit anderen Menschen umgehen kann. Und das ist ein Beitrag, den man für seine ganze weitere Entwicklung in seinem Leben brauchen kann. Als Respektbotschafter könnt ihr einen großartigen Beitrag dazu leisten, unserer sich ständig verändernden Gesellschaft ein menschliches Gesicht zu geben.